Herzlich Willkommen bei diesem Video von TCH Support. Wie wir hier sehen ist hier rechts unten eine eigene Ebene und ich blende diese mal aus und dann ist die Form weg, ich blende sie wieder ein, dann ist sie da. Und in diesem Video geht es um Effekte bzw. Ebenenstile. Die einfachste Art von Ebenenstilen ist natürlich, sind die vorgefertigten. Hier oben kann ich auf Stile klicken und dann einfach mal hier durchklicken, welche hier mir angeboten werden. Und das sind die vorgefertigten Ebenenstile. Die kann ich natürlich auch noch individuell verändern. Ich nehme jetzt aber keinen Ebenenstil, sondern lege mir einen eigenen Benutzerdefinierten an. Dazu mache ich einen Doppelklick hier drauf und komme in dieses Fenster. Das sind die Ebenenstile. Hier habe ich hunderte von Möglichkeiten. Eine der beliebtesten ist zum Beispiel der Schein nach außen. Wenn ich jetzt hier bei der Farbe weiß nehme und das Ganze mal etwas nach außen blenden lasse, sehen wir schon, wow, ich kriege hier einen ziemlich coolen Schein nach außen. Das kann ich auch ein bisschen heller machen. Oder ich mache es normal und mit einer vollen Deckkraft. Kann ich aber auch natürlich einen Schein nach innen machen. In das Objekt. Zum Beispiel so. Der Schein nach innen. So, damit habe ich jetzt einen Schein nach innen. Und ich kann auch natürlich eine abgeflachte Kante oder ein Relief machen. Also, ich nehme jetzt zum Beispiel hier eine Kontur, mache hier Glätten rein und sehe, wow, ich kriege hier eigentlich schon was ziemlich Hartes und kann hier auch noch Tiefe und Skalierung eintragen, nur mit ebenen Stilen. Dann kann ich auch natürlich einen Glanz machen. Und ich kann auch hier mit der Füllmethode normal nehmen. Was Füllmethoden sind, erfahrt ihr in einem anderen Video. Und hier seht ihr jetzt den Glanz. Und dafür gibt es hunderte Sachen. Zum Beispiel auch die Musterüberlagung oder den sehr beliebten Schlagschatten. Ich kann auch einen Schatten, einen weißen Schatten machen. Und da schon einiges machen. Also ich mache jetzt einfach mal hier einen weißen Schlagschatten. Normal. Und dann sieht man ihn hier schon. Und ich kann natürlich auch den Abstand relativ groß machen. Dann sieht man ihn weiter unten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Schein nach innen und nach außen ausblenden lasse, sehe ich hier unten meinen Schlagschatten und kann ihn auch hier in der Richtung ändern. Das sind die ebenen Stile. Okay, dann nochmal zum Mitschreiben. Ich habe hier links die verschiedenen Möglichkeiten. Schlagschatten, Schatten nach innen, zum Beispiel hier Schatten nach außen und so weiter. Da kann ich die verschiedenen Sachen einstellen. Wenn ich hier oben in meinen Stilen, die ich hier finde, einen neuen machen machen, kann ich einfach hier einen neuen Stil eingeben. Rechts neuer Stil. Mein Stil. Und kann dann, wenn ich das Objekt in Zukunft habe, einfach hier drauf drücken. Und zack, hat sich alles so hingebogen, wie ich das möchte. Ich kann natürlich auch mit dem Schein nach außen und nach innen alles machen. Das lässt sich hier alles genau einstellen. In der Füllmethode und in der Deckkraft sollte man aufpassen, weil normalerweise ist es immer eine besondere Füllmethode und wenn ich es normal habe, ist der Effekt natürlich deutlich intensiver. Das war ein ganz kurzer Einblick in die ebenen Stile. Gegebenenfalls machen wir noch ein ausführlicheres Video darüber und ich hoffe, ihr könnt mit den ebenen Stilen viel machen. Die sind sehr mächtig. Ich kann mit ihnen wirklich sehr viel machen und wünsche viel Spaß mit Adobe Photoshop. Diese ebenen Stile gibt es übrigens schon sehr lange, nicht nur in Photoshop CS5, denn das ist diese Version, die ich gerade habe. Also viel Spaß mit den ebenen Stilen.